In diesem Video lernen wir, mithilfe der Software Camtasia in nur wenigen Schritten eine Folienpräsentation aufzunehmen und diese parallel mit einem Audiokommentar zu versehen. Zusätzlich schauen wir uns einen alternativen Produktionsablauf an, in dem Folienpräsentation und Audiokommentar nacheinander produziert und anschließend zusammengeführt werden. Für dieses Tutorial benötigen wir ein Laptop oder PC mit der Software Camtasia und ein Mikrofon mit USB oder Klinkenkabel. Bevor wir mit der eigentlichen Aufnahme beginnen, legen wir eine Ordnerstruktur an. Diese sorgt dafür, dass wir später alle Materialien an einem Ort gesammelt haben. Bei Bedarf können wir so unser Projekt auch an einem anderen Rechner öffnen. Als ersten Schritt legen wir einen Ordner mit dem entsprechenden Namen unseres Projektes an. In diesen Ordner legen wir weitere Ordner für unser Konzept, unsere Präsentation, die Videoprojektdatei und unser später fertig ausgespieltes Video an. Sollten wir zusätzliche Grafiken, Videoaufnahmen oder Audiodateien verwenden, erweitern wir unsere Ordnerstruktur entsprechend und legen unsere Dateien in den vorhergesehenen Ordnern ab. In diesem Schritt nehmen wir alle erforderlichen Einstellungen für die Bild- und Tonaufnahme vor. Öffnen wir nun die Software Camtasia und wählen den Punkt Neues Projekt aus. Als nächstes gehen wir zum Reiter Datei, speichern unter, benennen unsere Projektdatei und speichern diese in den dafür bereits angelegten Ordner ab. Anschließend öffnen wir unsere Präsentation und wechseln wieder zurück in Camtasia. Hier klicken wir links oben auf den roten Aufnahmeknopf. Daraufhin öffnet sich das sogenannte Recorder-Fenster. Im Recorder-Fenster wählen wir unter Bereich Auswählen Vollbild aus. Die Aufnahme mit einer Webcam deaktivieren wir, falls diese aktiviert ist. Die Verwendung eines externen Mikrofons ist für eine gute Sprachverständlichkeit essentiell. In unserem Beispiel verwenden wir ein Headset. Dies wird je nach Typ entweder per USB oder Klinke angeschlossen. Haben wir das Mikrofon an den PC oder Laptop angeschlossen, überprüfen wir zunächst, ob die Audioaufnahme aktiviert ist. Durch klicken auf den kleinen Pfeil neben dem Mikrofonsymbol können wir nun unser angeschlossenes Headset auswählen und als Audioeingangsquelle festlegen. Sollten wir Videos oder Audiodateien in unserer Präsentation abspielen, wählen wir zusätzlich System-Audio-Aufnehmen aus. Jetzt prüfen wir die Aufnahmelautstärke unseres angeschlossenen Mikrofons. Hierfür sprechen wir in der gleichen Lautstärke, in der wir später auch während der Präsentation sprechen und achten darauf, dass der Ausschlag nicht in den roten Bereich geht. Leider arbeitet die Pegelanzeige in Camtasia sehr ungenau. Wir versuchen dennoch hier ein gutes Maß zu finden und das Auto nicht zu laut, aber auch nicht zu leise aufzunehmen. Bevor wir nun endgültig mit der Aufnahme starten, achten wir darauf, vorhandene und potenzielle Störquellen abzustellen. Dafür stellen wir das Telefon und Mobiltelefon auf lautlos, schließen die Fenster, stellen summende oder brummende elektrische Geräte ab und achten allgemein auf einen ruhigen Aufnahmeraum, in dem keine weiteren Personen sprechen oder arbeiten. Um das Eintreten oder Klopfen an unsere Bürotour zu vermeiden, können wir ein Schild mit Achtung Tonaufnahme, bitte nicht stören, an diese hängen. Nun sind wir bereit, um eine Probeaufnahme zu starten. Hierfür klicken wir im Rekorderfenster auf die rote Aufnahmeschaltfläche. Daraufhin beginnt nach einem Countdown unsere Aufnahme. So, dies ist ein kleiner Test, ob das Audio richtig angeschlossen ist. Nach einem kurzen Sprachtest können wir die Aufnahme mit F10 oder durch das Drücken auf Stop im Rekorderfenster beenden. Mit Hilfe eines Kopfhörers überprüfen wir die Tonqualität. Ist der Ton sauber aufgenommen, löschen wir den Clip durch Anwellen der Spur mit der Maus und der Entferntaste auf der Tastatur. Jetzt starten wir die Aufnahme erneut und beginnen mit unserem Vortrag. Am Ende der Präsentation beenden wir die Aufnahme mit F10 oder über das Rekorderfenster mit Stop. Nachdem wir unsere Aufnahme auf Inhalt, Ton und Bildqualität geprüft haben, schneiden wir nicht gewünschte Teile am Anfang und am Ende der Aufnahme ab. Hierfür klicken wir auf die Ton- und Videospur, sollte diese nicht bereits markiert sein. Ist diese ausgewählt, wird diese durch einen goldenen Rand gekennzeichnet. Jetzt gehen wir an den Anfang bzw. das Ende des Clips und können diesen nach Erscheinen des doppelten Pfeil-Symbols auf- bzw. zusammenziehen. Ist unser Video fertig gekürzt, wählen wir im Reiter Weitergeben lokale Datei aus, nur MP4 bis 1080p und klicken auf Weiter. Wir nennen unsere Datei und speichern diese in unseren angelegten Ordner Ausgabe ab. Durch das Klicken auf Fertigstellen wird unser Video ausgegeben und nach der Fertigstellung abgespielt. Ist die Ausgabe korrekt, speichern wir unser Projekt und schließen es. Haben wir einen geskripteten Text, können wir diesen auch zuerst aufnehmen und anschließend unsere Präsentationsfolie in dem Text entsprechend synchronisieren. Hierfür nehmen wir zuerst unseren Text auf, wie wir es unter Drittens Aufnahme gelernt haben. Lösen aber die Audiospur von der Videoaufnahme und löschen die Videospur, indem wir sie auswählen und die Entfernen-Taste auf der Tastatur drücken. Anschließend importieren wir unsere Präsentation in Camtasia. Hierfür gehen wir auf Datei, Importieren, Medien und wählen unsere PowerPoint-Präsentation aus. Nun können wir die gewünschte Folie in unsere Timeline ziehen und dem Text entsprechend anpassen, indem wir die Folien verlängern oder kürzen. Fassen wir die nötigen Schritte noch einmal zusammen. Ordnerstruktur anlegen. Aufnahme vorbereiten und Mikrofon anschließen. Einstellungen prüfen und Aufnahme durchführen. Aufnahme kürzen und ausspielen. Alternativer Produktionsweg. Audiokommentar aufnehmen und anschließend die Folien dazu synchronisieren. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrer Aufnahme.